Dieter Wellershoff war ein deutscher Marineoffizier, zuletzt Admiral und von 1986 bis 1991 Generalinspektor der Bundeswehr. Leben Wellershoff wurde als Sohn eines Bergbauingenieurs geboren und wuchs am Niederrhein auf. Nach seinem Abitur am Fichte-Gymnasium in Krefeld begann Wellershoff im Wintersemester 1953-54 sein Studium des Maschinenbaus an der RWTH Aachen. Wo er sich dem Korps Marco Gestfalia anschloss. Im Wintersemester 1956-57 gab er sein Studium auf und trat am 1. April 1957 als Offizieranwärter in die Bundesmarine ein. Von 1960 bis 1964 war er Wachoffizier und Kommandant eines Minensuchbootes. Anschließend Referent im Marineamt und Operations-Offizier auf dem Zerstörer Schleswig-Holstein. Von 1967 bis 1968 absolvierte er den Admiralstabslehrgang an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg und erhielt den General-Heusinger-Preis. Des Lehrgangs bestellen. Während des Lehrganges verfasste er eine wissenschaftliche Arbeit mit dem Thema »Die völkerrechtliche Situation des Kieler Kanals und des Küstenmeeres in der Ostsee« und ihren Zugängen, Folgerungen für die Durchfahrt von Kriegsschiffen im Frieden. Anschließend wurde er Referent im Führungsstab der Streitkräfte. 1971 bis 1973 war er Kommandant des Zerstörers Hessen, danach Operations-Offizier beim Flottenkommando in Glücksburg. Anschließend Kommandeur der Flottilie der Minenstreitkräfte in Wilhelmshaven. 1977 wurde er Leiter der Stabsabteilung Rüstung im Führungsstab der Marine. Von 1981 bis 1984 war er Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Blankenese. Seit 1. April 1985 war er Inspekteur der Marine vom 1. April 1986 bis 1991 als Admiral 9. Generalinspekteur der Bundeswehr. Er war der bis dahin jüngste Generalinspekteur und der erste, der nicht mehr in der Wehrmacht gedient hatte. Wichtigstes Ereignis seiner Amtszeit war die deutsche Wiedervereinigung, die die Zusammenführung von Bundeswehr und nationaler Volksarmee unter dem Motto Armee der Einheit mit sich brachte. Dieser in der Geschichte einmalige Vorgang wird in der nachträglichen Betrachtung weitgehend als gelungen angesehen und gilt als größte Leistung. Veloshoffs. Von 1981 bis 1983 war er Vizepräsident der Klausewitz-Gesellschaft. Von 1992 bis 1995 war er Gründungspräsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Außerdem war er Lehrbeauftragter am Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum. Er war verheiratet und hatte drei Kinder. Ehrungen. 1969. General Heusinger Preis. Verdienstkreuz I. Klasse der Bundesrepublik Deutschland. 1988. Kommandeur der Legion Aufmerit. 1989. Großes Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland. 1993. Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland. Schriften. Freiheit. Was ist das? Aussagen zum Begriff der Freiheit. Dokumente zum Thema. Mittler, Herford 1984 ISBN 3-813201759. Frieden ohne Macht. Sicherheitspolitik und Streitkräfte im Wandel. Bouffier von 1991 ISBN 3-416-02274-2. Herausforderungen und Risiken. Deutschlands Sicherheit in der veränderten Welt. Arbeitsergebnisse des Seminars für Sicherheitspolitik 1993. Mittler, Berlin U. A. 1993 ISBN 3-813204391. Strategien und Strukturen deutscher Sicherheitspolitik. Arbeitsergebnisse des Seminars für Sicherheitspolitik 1994. Mittler, Berlin U. A. 1995 ISBN 3-81320464-2. Die Europäische Union und ihre Stellung in der Welt. Die deutschen sicherheitspolitischen Interessen. Mittler, Hamburg U. A. 1996 ISBN 3-813204685. Führen, wollen, können, verantworten. Bouffier von 1997 ISBN 3-416-02703-5. Mit Sicherheit. Neue Sicherheitspolitik zwischen gestern und morgen. Bouffier von 1999 ISBN 3-416-0285-9-7. Anzeige. Auch für den Kn captioner und zu famousen Frauenbette.